hey Leute hallo denn sie kommt an eine Runde sind Europa 2 wie wir jetzt gerade hier wiedersehen ist da eine Ender Chest genau wie sie mein Bein gerade ich sage wo ich meine Hand spielen da muss man ja manchen da reinpacken auf jeden Fall und das heißt dass das eventuell wieder so ein Map sein kann wir gucken einfach mal rein und sagen hallo liebe Map wo äh step to step fein zu glauben auch hier am Boot auch habe ich was die ich nicht kenne wieder rein das ist ein Popkin das ist ein Popkin äh step to step hieß es ja ne sollten wir eventuell auch beherzigen das Popkin hallo Popkin wir haben aber schöne Regeneration das gefällt mir das ist nice was ist mir nicht verarschen da muss ich hin äh oh ich hab eigentlich so viele Schuhe gekriegt hätten auch ein paar ausgereicht ich bin keine Frau ich brauche keine 20.000 Pass äh die geben wir hier lang step for step da unten ist ein Boot da unten ist ein Boot warum hat es das Boot überlebt das klasse und das heißt kiste oder nicht kiste jump boost warum haben wir einen jump boost hier hui wo ist deine Kiste bitte da ah das war klasse jetzt nicht schaffen dahin und tüpfeln äh vielleicht ist der Spawn what the oh mein Gott wir sind sowas und tot wir sehen nicht mal mehr was euer Ernsthaft wo ist die Kiste tüpfel 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 fail tüpfel wieder hier als Ernsthaft wo soll die Kiste sein da ist Glaston Glaston heißt meistens kiste ja das ist wieder eine ich finde die Kiste so Oh shit, wir hätten da drauf hüpfen Wir warten aber unseren Tag, das ist schön Wir müssen weiter Können sich die länger hier aufhalten Äh, Gloucester und Kürbisse, Kürbisse Kürbisse, Gloucester und gefunden Kürbisse suchen Ah, Ende gefunden Nice one Ich habe Holz Ich hab das Spiel ausgedrext Und das ist unsere extra tiefen Zier Und ja, das heißt Minecraft ist Huge Was ist Huge? Minecraft ist Huge Ich kenne Hugo, aber nicht Huge Sehen wir dann im nächsten Part Also vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Euer Kanal, ciao, ciao und bye bye